Zum neuen Jahr kommen auch die Neujahrsvorsätze. Einer der häufigsten Vorsätze ist wohl der, mehr Sport zu treiben. Doch welche Sportart passt denn nun am besten zu euch? Dafür lohnt sich, ein Blick auf die Sterne zu werfen. Denn ob Wasser, Luft, Feuer oder Erde – euer Element – sagt viel darüber aus, was euch motiviert. Wasserzeichen wie Krebs, Skorpion und Fische Gehört ihr zum Element Wasser, seid ihr besonders empathisch. An viele Dinge geht ihr mit besonderem Fingerspitzengefühl heran. Sportarten, in denen ihr das unter Beweis stellen könnt, liegen euch besonders. Dazu gehört zum Beispiel Basketball oder Fechten. Luftzeichen wie Waage, Wassermann und Zwillinge Luftzeichen sind besonders intelligent und fantasievoll. Zu ihnen passen Sportarten, die eine hohe Spielintelligenz erfordern. Aber auch ihre fantasievolle Ader sollte bei der Sportwahl eine Rolle spielen. Mögliche Sportarten wären beispielsweise Fußball oder Tanzen. Feuerzeichen wie Löwe, Widder und Schütze Sternzeichen des Elements Feuer sind energisch und selbstbewusst. Sport ist für sie besonders wichtig, um ihr Temperament zu zähmen. Besonders geeignet sind Einzelsportarten wie Leichtathletik oder Kraftsport. Hier können sie ihre feurige Stärke mit anderen messen. Erdzeichen wie Stier, Steinbock und Jungfrau. Erdzeichen sind mit einem unheimlichen Durchhaltevermögen gesegnet. Ihre Zuverlässigkeit und Sorgfalt bringt sie auch im Sport zum Erfolg. Besonders bei Ausdauersportarten beweisen sie einen langen Atem. Hierzu zählen beispielsweise Schwimmen und Laufen. Einzelsportarten beweisen sie einen Regen. Erdzeichen